mal natürlich das und einmal rein ins spiel geschehen lange zeit ist es ja mit einem guten monst und die lagern hier immer noch nichts ein warum auch immer aber das ist mir schnuppe ja kann sein dass ich ab und zu mal raus tabbe und wieder rein tabbe es kann sein dass ich mich mittendrin vermuten muss weil ich einen anruf von der schule meines sohnes bekomme um da etwas abzuklären ansonsten wir haben ja alles wir warten nur noch auf das money schiffchen kommt an und kein geld bekommen schweinerei das wollte ich nicht das geht alles da rein na dann warten wir mal dass das geld regnet können wir noch irgendwas bauen in der zwischenzeit nicht so wirklich nicht ich 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 schon ich das ich Das wird hergestellt, genau. Wir machen jetzt einfach mal nur die Holzteile. Und hier Steinblock. Und wir machen mal ein bisschen Ja. Rucki zucki. Die Lager sind alle voll. Ich schaue nie wohin mit dem Quark. Es wird doch irgendwie auch nie abgeholt. Was soll das? Warte mal, das rief doch gar nicht. Holt der da jetzt auch noch ein bisschen was ab? Hoffentlich. Hä, der holt nicht. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Ähm, ja, okay, kann man machen. Ich verstehe das nicht. Wie habe ich denn dieses Geld zusammengekriegt? Wie war das denn? Wie war das? Nee, so. Und so, genau. Ah, jetzt wird es abgeholt, ja. Ja, man sollte... Ey, mal sein Küppchen einschalten. Wie gesagt, lang ist es her. Äh, ja, das geht alles genau. Ja, wir kommen unserem Ziel immer näher. Ja, einmal zu weit das Rad betätigt. Jetzt müsste das Geld doch ausreichen, was wir dort an Wolle drin haben, vor allem. Ja, Insel verlassen. Ähm, das da oder das da? Wir gehen auf die große Insel, würde ich sagen. Na dann. Als erstes muss ein Lager her. So, ähm... Alle Güter akzeptieren. Ähm... Ähm... Dann, 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 ähm, 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 das da einmal. Ah, komm, wir setzen nicht mal dorthin. Ja, bitte einmal alles weg. Ähm, ein Brünen. Ja, du willst raus, ich weiß. Benötigst Strandstuhl, Rastplatz, Milch, Bank. Ah, hier, wir haben noch einen Kampfroboter. Ähm, ähm, das hier, baut das mal bitte. Bitte jetzt. Das braucht auf jeden Fall noch ein Lager. Boah, ähm. Das hier mal Lager. Äh, du, 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 du. Wir haben keine Steine. Scheiße. Scheiße. So, das kommt dann dort rein. Und das dort, äh, das dort, äh, das dort, äh, was haben wir hier überhaupt? Keine Ahnung. Irgendwas zu essen, bestimmt. Ähm, alle Güter akzeptieren. Was haben, ne, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, nix. Ne, 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 ne. Ähm. Kein Essen da rein. Da kann alles rein, außer Essen. Und auch keine Blumen. Ah. 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 Was ist das da? Keine Ahnung. Irgendwas weißes. Das kommt da nicht rein. Das kommt da nicht rein. Das auch nicht. Das auch nicht. So. So. Das ist das, was 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 Davon haben wir erst mal genug drinnen. Jetzt kann eigentlich alles, ne Moment, Steine, 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 Steine müssen noch rein. Jetzt kann alles rein. Aha, jetzt wird gleich gebaut. Shane, Shane, Shane. Da haben wir einmal das Feuer. Da könnte man aber eigentlich sogar noch ein zweites Sintzimmern. So. Oh. 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 Ähm. Da rein kommt... Der Steinrohling, der Holzgriff, das Holz, Holzbreller, das, das. Ich müde mich kurz, ich krieg einen Anruf. Ja. So. So. Da habe ich gerade den Anruf von der Schule meines Sohnemanns bekommen. Deswegen musste ich kurz raustaben. Deswegen war kurz hier komplett der Sound aus. Okay. Oh. 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 Was ist da weg? Was brauchen wir noch zum Anfang? Felder, genau. So. Ne, stopp mal, das war jetzt ein Lager. Doch, Farm, hier. Ähm, Weizen. So. Hier unten wird Holz gemacht. Dann das einmal dahin. So, ähm, tudut, tudut, tudut. Ah? Ähm, Brunnen. So, hier können wir jetzt aber auf jeden Fall alle annehmen, hier können wir auch alles annehmen. Wir wollen unbedingt Erdbeeren haben. Jetzt gibt es erstmal Weizen. Denn irgendwie bauen die mir das Lagerfeuer nicht. Ähm, äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Da wird eine ganze Menge Wasser gelagert. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, jetzt brauche ich nämlich das da. Yo, nice, nice. So, ah, jetzt brauche ich das. Hol doch mal Weizen. Oh, schön, wie er das jetzt auf einmal da drinnen lagert. Ja, das erste Holzteil. Wir kriegen besseres Werkzeug. Oh, Mann, Mann, Mann. Das ist doch aber ein... Ach, das ist ein großes Leuchtfeuer. Oh, lol. Ein kleines reicht vollkommen aus. Okay. 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 Wir haben nämlich hier oben tatsächlich die Textilfabrik. das dazugehörige Lager. Das dazugehörige Lager. Lager dahin. Lagersachen dahin. Ja. Und jetzt brauchen wir was für die Tierchen. Ähm. Ähm. 4x4 reicht aus. Ähm. Schafe. Ein Platz zum Ausruf für deine Tiere. 2, 2, 3, 4. LeFreeze. 1, 2, 3, 4. 2, raufl嘯. Und dann müssen wir irgendwann mit den Häusern anfangen. Achso, hier. Wolle und Stoff. Ah, Baumwolle nicht gerade. Äh, wie ist denn der Quark hier? Stoff. Sag ich doch. Stoff. Du, 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 du. Du, du, du. So, wir haben uns vergrößert. Sehr schön. So. So. Da läuft Egbert, die Schildkröte. Okay, die heißt Asul. Aber wo sollen denn hier... Ach, da oben sind sie. Wenn zwei da nix ist. Könnte man doch jetzt eigentlich anfangen, den hier schon mal teilweise so abzutragen. Ich glaube, ich werde noch mehr von den Dingern bauen müssen. Wenn das so weiter geht. Wenn das so weiter geht. Hm. Hm, 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 hm. Okay, da kann ich es nicht hin bauen. Seltsam. Dann fangen wir mal an, ein paar Häuschen zu bauen. Äh, wo haben wir sie? Ähm. Ähm. Da. Äh, er war drin. Okay. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ne, das erste Mal nicht. Okay. Eins. Zwei. Aber jetzt passt da noch eins hin. So. Warum hatten sich das hier nicht verbunden, ne? Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. So, benötigt Rastplatz und Milch. Ähm, der Rastplatz war das da. So. So. Und ich mache das wirklich so. So, ähm. Eins. Zwei. So, so. So und 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 so. Und hier wird aufgenommen. Das, 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 das. Dina. Nimmt jetzt eigentlich alles an, was das, was das hier auch annehmen sollte. Zwo, vier, sechs, sieben. Zwo, vier, sechs, acht. Hä? So, jetzt. Genau. Steine dürfen da auch rein. Haut raus, den Mist. So. Rastplatz. Oh, warte mal, was? Wir haben schon gewonnen. Lol. Ne, 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 net so einfach hier. Ich will, dass ich die Typsis da drüben uns noch anschließe. Ich will, dass die sich da drüben noch anschließen. Hä? Hä? Schon wieder großes Leuchtfeuer? Das will ich doch gar nicht. Ich will das kleiner haben. Außerdem haben die hier noch Hunger. Da sollen Tomaten hin. Dann machen wir hier die Erdbeeren. Was? Das nicht. Erdbeeren. So. Ja komm, bauen wir da nochmal einen Brunnen mit hin. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. 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 Natürlich einmal. Und einmal da beim Sumpf. Oh mein Gott. Die sind alle hungrig, will ich mich ver-kack-eimern. Die sind alle hungrig. Was soll man dazu sagen? Oh, hey, wir sind gleich bei denen angekommen. Äh, da denn. Einmal alles weg hier. Weg mit der Natur. Weg mit der Natur. Weg mit der Natur. So. Und... Ey. So. Ja. Schön, wie einfach alles weggemacht wird. Braucht Milch? Ja, deswegen mache ich ja Platz. Meine Güte. Stellt euch nicht so an. Können wir denn schon eine Bäckerei bauen? Brauerei, Bäckerei! Ja! Ähm, ein Lagerplatz für das Brot. Das Baguette braucht Wasser und Weizen. Hier dürfte nur Wasser angenommen werden. Ja. Wasser und Mais, Erdbeeren, Weizenbündel, Milch. Und was braucht das zum Bauen? Ziegel, Baustein, Steinblock. Müssen wir eigentlich alles haben? Irgendwo hatten wir doch Ziegel. Wenn die nicht schon wieder weg sind. Wenn die nicht schon wieder weg sind. Ja. 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 Wird produziert Ziegel und Holzkohle. da. Ja, ja. Ja. So. Ne, das wollte ich nicht. das dahin, das dahin, das Lager dahin und das Lager dahin. Wir sind ja zivilisiert, wir bauen ein paar Wege. Oh, ja. Was braucht denn der zum Bauen? Holsteil und Steinblock. Holsteil hätten wir ja einen hier. Aber kein Steinblock, wow. Abgebauter Ton. Was wollten wir noch? Milch, Pflaumen, Blumentopf. Ach, lebt mich doch hier und bringt eure Blumen. Muss ich noch ein Blumenfeld anlegen? Ernsthaft? Aber wo? Aber wo? Oh. So. Hey, hab ich mich grad verklickt? Blumen und die gehen da rein. Ah. 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 Okay, du, 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 du. Ach, Mann, Mann, Mann. Ach ja, Pflaumen. Pflaumchen wollen sie auch noch haben. Baut das hier jetzt mal bitte jemand? Bitte, danke. Oh Mann, Mann, Mann. Oh Mann, 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 Mann. Snorki, das Schweinchen hat Herzchen. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Da ein Feuerle hin. Dort wieder eins hin. Da eins hin. Ja. Wie groß ist die Map eigentlich? Oh, da. Da ist einer gelangweigt. Willst du mich verarschen? Ich habe hier Milliarden von Aufträgen für euch. Ich denke mal, ich habe hier zu viel angeklickt, was weggemacht werden muss. Scheiße eigentlich, aber gut. Da müssen wir jetzt erstmal akkern. Auf jeden Fall erweitern wir schön das Gebiet nebenbei. Einmal Feuer dahin. Einmal Feuer dahin. Einmal Feuer dahin. Einmal Feuer dahin. Das hat man auch schön bauen können hier auf den Feldern. Irgendwo müssen wir ja noch die Kühe unterbringen. Hier. Da kommen die Kühe rein. Produziert Bier, Schokomölk, dann Tee. Eine Molkerei haben wir nicht, oder? Nein. 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 Okay. Schade, Schade. So, jetzt haben wir nicht. Ich brauche nur einen Blumentöpf. Alter, der und seine Blumentöpfe. Derjenige, der das will, der hat echt keine Hobbys. So, es muss reichen. Jetzt Pflaup. Ach komm schon. Pflaumenbaum. Äh, Pflaumenbaum. Nein. Moin Moin Darko. Ah, das ist dort rein. Äh. Boop. Das war die Bäckerei. Genau. Dann kommen die Pflaumen dort hin. Die Milch kommt dort mit rein. Ja. Ja, war's so. So, da oben ist alles aufgedeckt. Äh, dort noch eins hin. Dort noch eins. Äh, die will immer noch Blumentöpfe. Verarsch mich doch nicht. Jetzt. Zum Bau fehlt Steinblock. Aha. So, interessant, dass hier so viele Steine rumliegen, aber nichts gemacht wird. Da noch Häusel hin. Und hier noch welche hin. So. Mach. Ich hab nicht mal einen Handelsposten. Ja, aber ne gute Idee. Ähm. Ja. Gut. Hat sich das erledigt? Ja, ich hab's gemacht. Oh, ich hab's sketch. So. Oh, ich hab's da. So. So. Feuer steht, Feuer steht. So, dann haben wir hier oben alles aufgedeckt. Dann fehlt uns noch das Schniebel hier. Da ein Zinn und, ach komm, scheiß drauf, dort auch noch ein Zinn. Trotzdem wird hier unten nicht weiter gearbeitet, das ist seltsam. Da wir hier noch Platz haben, übertreibe ich jetzt einfach mal. So. Das dann einmal da hin, einmal da, einmal da hin, einmal da hin, einmal da hin, da nicht hin. So, solange die jetzt auch sind, mache ich kurz meine 5 Minuten Pause. Und wir hören uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.